4 plus 3 und dann minus x. Oh Gott, Hausaufgaben am Wochenende machen ist furchtbar. Und 5, und 6, und 7, und 8. Was ist denn da schon wieder los? Läuft der schon wieder in meinem Haus vorbei? Oh, ist nicht sein Ernst. Nicht sein Ernst. Jetzt wird hier schon wieder Sport gemacht, während ich meine Hausaufgaben mache. Das kann doch nicht wahr sein. Letzter RIP! Komm schon! Oh, komm schon. Oh Gott, Ryan, wo kommst du denn her? Tut mir leid, ich wollte ihn nicht erschrecken. Oh mein Gott, ey. Hast du auch so genervt? Ja, von Flo. Der macht die ganze Zeit schon wieder Sport. Weißt du, wie anstrengend das ist? Der ist ja voll laut. Leicht gewicht! Ja. Oh, ey, ich weiß auch nicht. Aber irgendwas müssen wir dagegen machen. Hast du eine Idee? Wenn wir den einfach nachmachen die ganze Zeit. Damit er mal merkt, wie komisch er sich verhält. Ey, das ist voll eine geile Idee. Stimmt, lass ihn einfach nachäffen. Wir können den ganzen Tag nachäffen. Und dann gucken wir mal, ob er vielleicht damit aufhört, oder? Ja, okay, okay. Wer fängt an? Dass er durchdreht. Okay, komm, ich fang an. Ich mach auch ein kleines Workout sowieso. Okay, okay, perfekt. Ja, dann mach ich mal nach. Ich guck dir mal zu, wie es läuft. Komm schon! Was macht er denn da? 500 Kilo! 500 Kilo! Hi, Ryan! Hi, Flo! Was geht's? Was geht's? Willst du mitmachen? Ja, willst du mitmachen? Äh, ja, ich mach es schon. Ja, ich mach auch schon. Acht Wiederholungen! Acht Wiederholungen! Weil du auch! Ja, du auch? Ich mach mal nach. Höh? Höh? Ja, dann lass mal ein bisschen joggen hier. Ja, dann lass mal ein bisschen joggen hier. Auf geht's! Schneller! Auf geht's! Schneller! Ich bin eh schon schnell! Ich bin auch schon schnell! Oh mein Gott, das funktioniert ja super! War schneller! Irgendwie checkt Flo noch nicht, dass er ihn nachmacht. Wo sind die denn jetzt hin? Oh, warte, warte, die dürfen mich nicht sehen. Die dürfen mich nicht sehen. Ich muss mich verstecken. Und erster! Und erster! Ich war erster! Ich war erster! Nein, ich war erster! Nein, ich war erster! Hey, du lügst! Du lügst! Das stimmt gar nicht! Das stimmt gar nicht! Sag mal, was soll denn das? Sag mal, was soll denn das? Ich geh jetzt nach Hause, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab auch keinen Bock mehr, ich geh nach Hause. Oh mein Gott. Ja, ich hoffe, du gehst nach Hause. Ich hoffe, du gehst nach Hause. Ich hoffe, du bleibst zu Hause! Okay, 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 warte mal. Ryan! Ryan, warte mal! Ryan, geh nicht wirklich nach Hause, du musst nicht nach Hause gehen. Okay, ich übernehme jetzt, okay? Jetzt bin ich dran, warte mal. Flo ist fertig mit seinem Workout, hier mit seinem... Naja, das war das erste Workout des Tages. Der macht ja jeden Tag mindestens 10 oder so, ne? Oh nein, ja, wahrscheinlich schon. Aber lass mal gucken, was er jetzt macht. Ich glaube, ich mache ihn jetzt auch nach. Egal, was er macht, ich werde ihn nachäffen, okay? Okay, viel Erfolg! Du kannst dich schon mal überlegen, was wir als nächstes machen. Aber jetzt bin ich dran, meine Freunde. Dann wollen wir mal schauen, wo der Flo ist, ob er zu Hause ist. Warte mal. Er geht da draußen lang. Hä? Was macht er denn da? Er setzt sich da irgendwo auf einen Stuhl? Dann setze ich mich mal dazu. So! Hä? Hä? Willst du dich auch sonnen? Willst du dich auch sonnen? Ja. Ja. Schön bräunen. Oh, schön bräunen. Hm. Ach, was für gutes Wetter heute. Oh, was für gutes Wetter heute. Und ich bin so gar nicht allein, das ist voll cool. Ja, ich bin so gar nicht allein, das ist voll cool. Ja, gell? Ja, gell? Ich will wissen, wie lange wir jetzt hier sitzen sind. Ich habe eine sehr, sehr helle Haut, ich kriege schnell Sonnenbrat. Ey, ich hoffe, dass Flo hier nicht zu lange sitzt. Und? Ist schon alles braun? Und? Ist schon alles braun? Hoffentlich nicht rot, oder? Hoffentlich nicht rot, oder? Oh, Gott. Oh, Gott. Ich muss raus aus der Sonne. Oh, nein. Mein Gesicht. Mein Gesicht. Mein Gesicht. Mein Gesicht. Oh, Leute. Oh, mein Gott. Ich hätte nicht in der Sonne sitzen sollen. Das war ein Fehler. Du hast da ein bisschen, äh... Du hast da ein bisschen, äh... Oh, ich muss weg hier. Ich ertrag das nicht mehr. Ryan. Dr. Cole. Dr. Cole, ich brauche Hilfe. Dr. Cole. Das geht hier alles ganz schief. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Dr. Cole. Oh, mein Gott. Dr. Cole. Kommen Sie sich mal mein Gesicht an. Ich habe versucht, Flo nachzumachen. Was ist da denn passiert? Er muss gesund. Bin ich braun geworden? Ich glaube, das sieht eher rot aus. Ach, was empfehlen Sie, Dr. Cole? Brauche ich... Ich glaube, ich muss mich kurz ertränken gehen. Ich glaube, dann geht es mir besser. Ich halte mein Gesicht einfach hier in kaltes Wasser. Haben Sie ein Stück Eis da? Ah, schon besser. Ah, sehe ich schon besser aus, Ryan? Geht es wieder? Dann sieht es wieder normal aus. Oh, mir geht es wieder gut. Oh, Mann. Danke für die Medizin. Hat gut geholfen hier. Die Eisblöcke. Okay. Aber wir sollten jetzt weitermachen, ja? Flo hat uns hier beide schon richtig kaputt gemacht. Dich beim Sport und mich hier mit seinem Sonnenbaden, seinem Exzessiven. Ähm, was ist das Nächste? Lass mal gucken, wo er ist, oder? Wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Der Kind wird noch verrückt werden. Auf jeden Fall. Vor allem, es stört ihn gar nicht, dass wir ihn nachäffen. Er hat noch nicht einmal gesagt, dass wir aufhören sollen, ihn nachzueffen, oder? Ich glaube, der hat das noch gar nicht gemerkt. Nee, der hat das noch nicht mal gemerkt. Okay, okay. Er wird das schon noch merken, Ryan. Los, let's go. Ja, ich guck mal nach, was er macht. Ich geh einfach rein. Ja, geh einfach mal rein. Warte, er ist in der Küche. Oh, hi. Oh, hi. Guck mal, was ich hier mach. Guck mal, was ich hier mach. Proteine. Proteine. Ja, das will ich hören. Ja, das will ich hören. Los, trink. Los, trink. Oh, aber gern. Oh, aber gern. Okay, bis später. Okay, bis später. Ich muss jetzt zu einer Ironman-Meisterschaft. Ich muss auch trainieren. Ich muss jetzt zu einer Ironman-Meisterschaft. Ich muss trainieren. Jetzt geh ich aber hinterher, Leute. Hinterher. Oh Gott, da fängt es schon an. Lava. Okay, mal gucken, was Flo macht. Guten Tag. Warte, was ist denn das hier? Oh mein Gott. Was ist das denn für... Oh mein Gott. Trainierst du auch? Trainierst du auch? Yeah. Yeah. Ja. Oh mein Gott. Oh Gott, Leute. Ist das schwer hier? Wie soll ich denn da raufkommen? Wie soll ich das machen? Wie ist Flo denn schon so weit? Der ist ja viel besser als ich. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Checkpoint. Boom. Boom. Wie ist sie? Flo? Hä? Du musst aber auch anderweitig trainieren. Du musst aber auch anderweitig trainieren. Habe ich schon. Habe ich schon. Oh wirklich? Hä? Oh wirklich? Oha. Oha. Guck mal, das kann ich mit geschlossenen Augen. Guck mal, das kann ich mit geschlossenen Augen. Oh yeah. Ah! Schon wieder? Schon wieder? Wir können das passieren. Oh Gott, Dr. Ryan. Dr. Ryan, ich brauche Hilfe. Dr. Cole, werde ich wieder. Ja, wir machen hier noch so ein bisschen. Zack. Noch die Bandage. Veratzen Sie mich mal. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Dass wir hier mit Flo nicht mithalten können, dass der so krass drauf ist. Das wusste ich gar nicht. Ich gebe noch nicht auf Ryan. Also es wird auf jeden Fall wieder, aber ich würde sagen, du musst auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Ich glaube auch. Warte mal, ist er da schon wieder? Guck mal, da läuft er doch schon wieder. Ich mache mit. Er ist noch am trainieren. Oh, Bock auf Joggen? Oh, Bock auf Joggen? Yeah. Yeah. Okay, okay. Dieses Mal schaffen wir das aber, Leute. Das ist... Wie kann er denn so schnell sein? Wie kann er denn... Alter, 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 wie... Okay, okay, okay. Zurück zu seinem Haus, dann haben wir es geschafft. Nur zu seinem Haus, dann haben wir es geschafft. Okay, noch drei Meter. Noch drei Meter, noch drei. Okay, ich schaffe das. Ein Meter fünfzig. Da sind wir. Eins von vier und vierzig. War eins von... Was? Eins von vier und vierzig? Ich kann nicht mehr. Ich gebe das... Ich kann das nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ryan. Ryan. Ryan, lass am Brunnen treffen. Wir brauchen Plan B. So wird das hier alles nix. Kleine Pause, nur. Easy? Wie, der klein... Ja, was ist denn... Machst du hier? Ich gebe auf, Ryan. Was? Ich glaube auf, ich kann nicht mehr. Ich weiß, ich mache das schon seit vierundzwanzig Stunden. Und ich kann einfach nicht mehr. Ich gebe auf, Ryan. Kannst du dich aufgeben? Dann mach du weiter, okay? Du schaffst das zu uns. Ich glaube an dich. Was hast du vor? Ja, wir gucken dann was. Weiß doch nicht. Ich gehe mal direkt drüber. Wir müssen gucken, was er macht. Ich komme dir hinterher. Ich bin ja noch gleich da. Schon langsam. Ja, ja. Bis gleich. Ich komme danach. Gehe schon mal vor. Ich kriege das hin. Ich glaube an dich. Ist er da drin? Warte mal. Da sind die wirklich. Hö, was machen wir? Am PC irgendwas? Hey, das ist Ryan1440 und willkommen zurück hier zu Minecraft. Hey, Leute, das ist Ryan1440 und willkommen hier zurück zu Minecraft. Lass den Like da, abonniert mich. Lass den Like da, abonniert mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, dass Leute das nicht checken. Merkt er das nicht? Regt den das nicht mal auf? Oh mein Gott. Ich glaube, mich wird das richtig auf. Junge, der hackt doch. Junge, der hackt doch. Ja, finde ich auch. Ja, höre auch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Junge, das ist doch nicht normal. Junge, das ist doch nicht normal. Sag mal, du hast oft dieselbe Meinung wie ich. Sag mal, du hast oft dieselbe Meinung wie ich. Ja. Was hab ich grad gesagt? Was hab ich grad gesagt? Nein, ich. Nein, ich. Warum sagst du mir eigentlich alles nach? Was ist eigentlich falsch mit dir? Warum sagst du mir eigentlich alles nach? Was ist eigentlich falsch mit dir? Sag mal, warum sagst du mir eigentlich alles nach? Was ist eigentlich falsch mit dir? Hö? Hö? Warte mal. Warte mal. Flo, Flo ist cool. Flo ist, sie ist cool. Hö? Das ist doch falsch. Hö, das ist doch falsch. Entscheide dich doch, was du machst. Erscheide doch, was du machst. Erscheide du nicht, was du machst. Oh mein Gott. Wisst ihr was? 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 Ah! Oh Gott, Hilfe! Nein, 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 nein. Beruhig dich, beruhig dich. Bring dich ab, bring dich ab. Mach das doch nach. Mach das doch nach. Mach das doch nach. Alles klar. Oh mein Gott, Leute, das war es hier mit der Folge an dieser Stelle. Oh Gott, lasst ein Like, abonnieren, nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Auch ein Like bei Flo und Ryan. Wir sehen uns. Und hasta la pasta.